so meine freunde damit herzlich willkommen zu frankreich gegen australien mit dabei der die wochen darüber geredet ja die falsche nation das gefällt mir jetzt gar nicht gut ist abartig schnell den mit charlo becker schuhschnecken auch nicht jetzt muss ich alles um diese world cup spieler die da weg gehen das ist auch so eine umweltverschmutzung so ich dann bitte reinpacken damit die auf chemie kommen alle auf chemie denn der eigene spiel der eigene scheiß wenn sie mal hat den glaub ich gestoppt hat gehen und raschid genau nein boah mann ich glaube auch gar keinen du kannst ich muss nur sagen füllguck ist es eine mauer ja das freut mich wirklich weil wir es hier mal rein zu bringen wirklich nichts so könnte ich das bauen so wie sie das ui so sehe das aber geil aus da geht auch direkt das ding wo ich hab mir schon mal kann auch spielen entschuldigung ich wollte kurz körper haben auf einmal kostet jetzt von der karte tut mir leid was sind wir dran nachdem ist bei mir 0 Chimiepunkte Schusschen Moppy das ist Max ich kann hier ansonsten nicht spielen da warte ich mir kurz mit Schuhe da war ich doch nicht anderes Witzen von mir ich hatte nur noch Schuhe kann ich jetzt mal einen reinmachen der Assi ich kann nichts mit diesen Spielern machen ich habe 470 Schüsse gleich x das schwein guter steif als hier macht er gut abseits angezeigt gläubiges staunen das ist eine entscheidung die wir erstmal nicht nachvollziehen können ja aber ich glaube wenn sie die Zeitlupe sehen mhm erster Angriff vom Gegner direkt ein Tor ich glaube ich muss mich gleich schon mal stummen ja ey da ist Jackson irgendwas jungen pfff alter pf 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 vorhin hat er geschossen wohin? wen sieht der da? wahrscheinlich 96 Tempo also, guck mal, ich passe nicht extra in der letzten Sekunde mit X rüber aber der kann den doch mal machen, oder sehe ich das falsch? auch einen MbP kann doch mal einen Schuss aus Tor reinmachen, oder? du hast genau auf Tor geschossen oh, boah, kein Foto da ist abseits wo sind mein scheiß Verteidiger? eyy Maxi das Spiel ist schon wieder, Alter, ich muss gleich die Stimmung dazu schreiben oder schreibe ich so, oder schreibe ich ohne zu sehen, was bei dir passiert ist, Alter genau wie bei Lukas ja, also, sorry, klar sind meine Schüsse jetzt nicht alle 10 von 10, ist ja in Ordnung, aber einer von denen darf doch mal reingehen was macht Mbappé da? warum schwie... aber dein Arsch ist nur 10 von und was? weißt weißt, Mbappé denkt auf einmal er ist Innenverteidiger, der fette Wichser, Alter der fette Wichser ist er wirklich fett? ich glaube, der ist ziemlich sportlich, Alter Inaki mit dem Ernst der hat 90 Schuss und der versucht einfach die Eckfahne zu töten, Junge Lukas ist sowieso süß ich bin Jamie McLaren Jamie McLaren oh, der war schön Lukas, habe ich mir selber zugeben, der war schön lydon jung hast du diesen von herrte ist diese das ist gut und zweite halbzeit ist eine lukas warum gehst du in boppel spielen sehr ehrlich die scheiß in realität auch in die folgen über lukas lukas no touch me day no touch me day day das tut mir leid ich verstehe das guck mal ich war doch vor dem ball oder der hätte den locker abgeräten ja nein als ich vier gedrückt habe das meine ich hätte den locker abgeräten kündigst ich hätte das geschafft du ecke ja deine mutter was meine mutter hat die scheiß kommen komm 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 her komm 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 baby check your bomba äh ne muss nicht ja jetzt ist schlau warum schießt du ich hab er 1 gedrückt warum macht er den nicht mal einen angedritten schuss alter sicher aus dem beste sonst wieder mit dem ja ich drück die ganze Zeit r1 und er macht nichts Lukas warum schießt du keine ahnung weil ich denke dass einer mit 97 Tempo und du sollst aufhören zu schießen nicht schießen ich drück auch wechseln und krieg den spieler unten ist das auch cool du bist dabei digga habe ich das spiel gedreht wie ein ganz großer wie ein Döner die rumspießt habe ich nicht gedrückt du bist ein Hurensohn deinem wir sind aufhören sehr früh wo ist angefangen wo ist angefangen er geht in den Schraub auf souverän gemacht vom Torwart du kannst passt mal hier passt das ist hoßball wie viel Tempo hat der da auf einmal ist jeder der Typ wieder schneller als meine Alter toll doch keine Wunder wenn du Opa Meccano spielst warum willst du nicht Kundi spiel Opa Meccano ist besser ne wer sagt das das ist deine mein Asche ganz kurz bitte komm mit dem Po ja ich drücke die ganze Zeit ich habe jetzt alles ausprobiert ich habe R1 ausprobiert mehrmals und aus irgendeinem Grund schießt der gerade immer nur auf den Torwart siehst du das? egal was als ob ich jedes Mal auf den Torwart drücke bitte ja komm weiter ich krieg den Ball wieder also das ist gerade so lächerlich Alter Hallo ich will dir ihn geben Junge ich drücke jetzt hier hier also tut mir leid das ist wirklich lächerlich das ist das ich kann das jetzt zu schwer här spielen auf den ganzeniler doch ich glaube ich kann das jetzt einer der besten Südverteidiger der Welt aber vielleicht muss ich mich da auch nicht festlegen das hablar ist die scheiss das passiert mir gerade sehr schwer einige Wörter nicht zu sagen Ich würde mich gerne sagen wollen. Aber nämlich schwer. Alter, der Gegner kann immer das erste Tor machen. Ja, war schön, Lukas. Danke. Ich hab meine Geburtstagskerzen ausgeburset. Also, okay. Kannst du noch mal weiterspielen. Ich hab die beste Position, dann mach die nicht rein. Psy. Psy. Truth. Digga. Komm. Und dir sag ich hab kein Glück. Du hast mal schon ekelhaft geschwitzt. Das tut mir leid. Auf jeden Fall tut einem nichts leid. Es geht sich nur um den Sieg. Nein. Das tut mir schon leid. Das tut mir leid. Das tut mir schon leid. Komm. Überleg dir genau, was du sagst. Halben Kader ausgewechselt. Nein. Warum ist Rabiu so schnell? Guck mal, die Geräte hätte ich zum Beispiel verstanden, wenn der nur den Mann getroffen hätte. Aber nur die... ... Wo ist meine Verteidigung? Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt kommt der Wechsel. Keduzi. 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 Na gut, ich hab auch Frankreich, Alter. Keduzi. 3-1 heißt es also jetzt. Keduzi. 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 9 Minuten bis zum Ende. Ja, das ist zum Beispiel lächerlich, dass ich dich da nicht erwische, weißt du? Ich dreh dich doch volle Kalle von ihm. Oh, ich wollte ihn gar nicht haben. Ich wollte Griezmann oder so haben. Inaki Williams macht das jetzt richtig Bock. Ach, Psch. Nee, das ist nämlich nicht. Kommen. Mein Lieben Korea-Team, der ist so ein geiler, verkanker, behinderter, dummer. Passt das. Aber gut. Spiel ist er für eine Position? Hm? Spiel ist er für eine Position der Korea auch noch? Kann gefährlich werden. In Korea kann rechts Flügel, Stürmer, rechts Mittelfeld und mittels Endes. Und ist halt Atletico Madrid. Habt ihr ja. Ich hab den Koreaner. Ja. 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 Ich glaub auch, die können nur noch. Oh, Giraldo. Regulär sind nur noch der Sohers vor sich. Komplett kaputt getreten, Leute. Schalbe Wählen muss. Ich hab's komplett ja verdient, weg mit dir, Alter. Wenn du den nicht reinmachst, hast du verloren. Das ist verloren, ich hab mir. Tschüssi.